Musik 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 Da hinten Einen Schlag macht er dir? Na gut, sonst konnte er das ja noch nicht. Musik Und wumms Die sind auch am kommen Und es fehlt uns jetzt noch Das Update Das ist aber zu teuer Noch Wir bauen noch ein Gehöft Ah, und das Auge kommt Hier, das bringt das Update auch Die haben hier Angst und verkriechen sich Und die bleiben Geschillt stehen Sind die schon Level 2? Ne Okay Das Gehöfte ist fertig Sehr gut Und der Trupp ist da Und der wird jetzt mal bis Das Hier hin vorrücken Und gleich noch Schwert Update Wie toll ist das? Auch 300, das können wir auch schon kaufen Sehr gut Welcher Trupp hat hier Der hat noch kein Schwert Update Das geht Meine Freunde Schaut euch um mich Meine Freunde Schaut euch um mich Meine Freunde confess Wie die gehen, ich finde das so lustig. So. Der Trupp hat auch noch keine Klingen. Das dauert hier alles so lange. Das können hier mal ein bisschen Hacken entlär machen. Und weiter verrücken zu den Pferdsoldaten. Und die kommen mit normalen Soldaten. Und nehmen das Haus wieder ein. Wir haben schon zwei Trupps, die hier schon Level 5 sind. Sie greifen an! Das ist sehr gut. Wir nutzen alles als Waffe. Ach, wir können jetzt die mit Klingen und die noch mit Klingen ausrüsten. Ich würde noch gerne dieses Update machen. Darauf können wir ja schon mal sparen. Obwohl, nö. Rein ins Getümmel. Einfach mitten rauf. Wie immer. Sind viel zu schlecht für uns. Jetzt kommen die Bauern noch hinterher. Wir müssen dabei noch hübschen Schaden. Und das Gebäude ist... Geschichte. Boah. Wir brauchen hier kein Jubelkonzert abgeben. Hier, wenn ihr mal ein bisschen helft, ist es nicht schön. Boah. Das ist ein sehr großer Nachteil an Bauern. Die sind viel zu faul, um zu kämpfen. Haben wir in das eng einen speziellen Auftrag? Power 6 Gehöfte. Alle Flüchtlinge Rohans retten. Den Bonus können wir jetzt nicht erfüllen. Wir haben jetzt schon gleich wieder das hier geschafft. Und? Geh. Von. Wir haben sie niedergekommen. Nen. Nen. Finde ich gut. Gewonnen. So, 12 Ohm. Das könnte jetzt schon wieder die Spitze sein an Punkten. Sieht gut aus. Jo. 20.000. Ja, nur ein Sieg. Nicht ein gesamter Sieg. Und das nächste Gebiet in unserer Hand. Die mächtige Festung Helmsklamm ist die letzte Zuflucht der Rohirin. Rein dahin. Helmsklamm müssen wir verteidigen. Helmsklamm ist die größte Festung Rohans. Seit Menschengedenken gilt sie als die letzte Zuflucht der Rohirin. Na, ich überspring das eben. Und weiter geht's. Mit einem Entwurf. Den Lenkenaum hat es gelegt. Tuhh! 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 Bye! Liede! Ja, es wird ein nichts. Es wird schaffig. Zieht all unsere Streitkräfte hinter den Wall. Verriegelt das Tor und stellt Posten auf. Jo, klar, Chef. Jeder Mann und jeder kräftige Knabe, der waffenfähig ist, bis Einbruch der Nacht kampfbereit. Wir können den Dammweg und das Tor von oberhalb sichern. Keine Armee hat jeden Klammwall durchbrochen oder einen Fuß gesetzt in die Hornburg. Sie werden gegen diese Festung branden wie Wasser auf Fels. Sarumans Horden werden plündern und brandschatzen, aber das haben wir zuvor erlebt. Innerhalb dieser Mauern werden wir sie überleben. Sehr gut. Haben wir hier irgendwelche Burgenschützen? Sehr gut. Aber erstmal brauchen wir Essensfabriken. So, die stellen sich hier vorne hin. Sind hier irgendwelche vor dem Wall? Nein. Der Wall wird geschlühen lassen. Weil wir hier sowieso keine Soldaten haben. Gehöft ist fertig. Zweites Gehöft bauen. Die positionieren wir mal hier. Wir können ein Tor hinsetzen, wenn wir wollen. Können wir hier welche rein? Ich glaube, hier kommt einer hin. Haben wir noch irgendjemanden, der... Von God noch? Wir brauchen alle Anstrengungen. Wir brauchen alle Anstrengungen. Vielen Dank.